Alter... Ich kenne diesen Raum. Das sieht ja aus wie bei Nightmare House 1. Also die Waschmaschinen sind, diese alten, die sind auf jeden Fall aus Nightmare House 1. Munition. Ah, hervorragend. Schwebt da einfach so in der Luft herum. Die lassen wir uns nicht hingehen. Guten Tag. Können wir eigentlich... Höhöh. Cool. Da kommen wir nicht durch. Können wir vielleicht da irgendwie... Ach, warte mal. Na also... Äh... Das war... Kein Alarm, oder? Kommen jetzt die Resident Evil Hunde raus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Die Info. I know you can see... Äh, you can see her. You can see her. She wants something from you. Aber er sagt nicht, wer ist sie denn? Was macht sie? Denn... Hat sie uns gerettet? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich... Lass mich durch! Ach, man! So, komm mal dahin. Ach, schein... Uah! Alter! Alter Schwede! Ey, dieses Spiel, ich hasse dieses Spiel. Und dieses Spiel hasst mich. Herein, wenn es kein Schneider ist. Boah. Ich dreh durch. Ich hätt Munition sparen sollen, wenn die Viecher kommen. Und die kommen bestimmt. Kann man die eigentlich speichern? Wär vielleicht nicht die schlechteste aller Ideen. Ich muss kurz warten, bis die Taschenlampe aufgeladen ist. Sonst geh ich da nicht rein. So. Toiletten sind ja ein Hort der Freude, wie man weiß. Vor allen Dingen in Horrorspielen. Auch hier wieder die pure Freude. Munition. Oh, nein. Und ich wette, die Viecher sind genauso schlimm wie die Krabbelspastis bei 4. Wenn sich da noch jemand dran erinnert. Ah. Hm! Okay. Ach du Scheiße. SCP oder was? Keine Munition. Alter! Nein! Was war das? Die Tür ist ins Schloss gefallen. Ist das Munition? Das sind Flares, aber ich habe keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Hm. Wahrscheinlich, weil die Taschenlampe gleich ihren Geist aufgibt. Können wir hier irgendwas öffnen? Hallo? Bin ich? So, pass auf. Ich warte jetzt hier. So, was können wir denn? Können wir hier irgendwas machen? Wir müssen die Sicherung bestimmt irgendwo reinhauen, aber ich weiß nicht wo. Kann man da... Jawoll. Hallo? Wo können wir denn die Sicherung reinhauen hier? Kann man die mehrfach gebrauchen? Ich glaube nicht, nein. Vielleicht hier? Hallo? Sicherungskasten? Hier ist noch eine Sicherung. Ich glaube, vielleicht müssen wir gar keine Sicherung irgendwo reinhauen. Aber andererseits müssen wir bestimmt das Ding hier anschmeißen. Weil der Schalter doch bestimmt nicht zum Spaß... Ach Mensch, ich bin auch schlau. So... Ja, jetzt nehmen wir mal die Sicherung. Toll, wollte ich gar nicht. So, das sind die drei Kaputten hier. Ey, ihr drei seid so kaputt. Und die ist heile. Und die Taschenlampe geht gleich aus. Die sieht auch heile... aus. Hallo? Pfff... Weiter... Okay, dritte Sicherung. Zack! Uah! Na, jetzt... Ich sehe das Fadenkreuz aber auch... Kaum... Oh man... Okay... Ich gehe mal hier in die Ecke. Ich gehe mal hier in die Ecke. Höh! Okay... Irgendwas scheint da noch zu klemmen. Aber was... Wie kriegen wir das wieder heile? Das ist die Frage. Oder kommen wir jetzt hier wieder raus? Okay, jetzt geht hier über das Licht an, aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt, ehrlich gesagt. Munition gefällt mir immer gut. Ach, jetzt kriegen wir... Alter, geh weg! Boah... Na, das kann ja noch heiter werden. Security Gate opening. Please stand clear. Und sie war wieder da. Die Fremde. Ah! Wat... Was? Was war das denn? Alter! Alter! Lass das flimmern! Ich krieg die Krise! Höh! Lass das! Da tritt irgendwas aus! Kann ich da reinschießen und es explodiert? Nein! Boah! Leider! Waaah! Waaah! Scheiße! Wo kommen wir hier weiter? Kommen wir da hoch? Ah, hier! Hier hoch! Hoch! Okay... Jetzt hier hoch... Und dann... Wo müssen wir überhaupt hin? Nein! Na, jetzt geh doch da hoch! Kurz die Taschenlampe aus... Aufladen und weiter! Oh Mann, ich bin grad so angespannt! Nein! Oh, der Typ sich überall rumtreibt hier im Krankenhaus, ne? Ich höre fröhliche... Geräusche! Äh... Ich mach kurz die Taschenlampe... Munition! Oh oh! Wenn hier Munition liegt, heißt das, wir werden die bestimmt gleich brauchen! Ah! Ah! Ach du Scheiße! Alter! Ah! Kurze Dusche! Ah! Ah! So, ich geh nochmal ganz kurz in die helle Dusche rein! Taschenlampe aufladen! Okay, hier ist... Gemeinschaftsdusche! Kennt man ja mit Gemeinschaftsduschen, da sind teilweise so viele Keime drin... Dass man zu Zombies wird! Mach ich grad noch Witze drüber? Hab ich aber mit gerechnet! Diesmal! So, Emergency Room! Awesome! Äh... Ach nö, ich hab mich grad gefreut, dass es hier so hell ist! Jetzt macht die Alte das Licht aus! Die ist so doof! Und wer ist sie überhaupt? Wir dürfen uns gar nicht so viel Zeit lassen, weil unsere Taschenlampe sonst wieder ausgeht! Boah, Scheiße! Gibt's hier irgendwas? Nee, ne? Mach mal drüber die Tür wieder zu! Huh! Was? Was? Hab ich Schritte gehört? Ich kann die Taschenlampe nicht benutzen! Hallo? Hnn... 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 Vielen Dank.